Im Herbst 2020 hat Julia Purginer ihre erste Oper komponiert, Der Durst der Hyäne. Gemeinsam mit der Librettistin Christine Thornquist, die auch die Regie übernommen hatte, entwickelte sie eine Musik, die ganz nah an der Geschichte dran ist. Wir hatten schon während wir das Libretto durchgegangen sind miteinander, einfach gewisse szenische Sachen diskutiert. Und das war super, weil das hat mir irrsinnig geholfen. Also meine größte Sorge bei diesem Stück war, es spielt ja im Kongo. Und was ich unter allen Umständen vermeiden wollte, war, dass es irgendwie exotisierend ist und dass man irgendwie den Eindruck bekommt, da versucht jemand Musik nachzuahmen vom Kongo, der keine Ahnung hat von der Musik vom Kongo. Da haben die Christine und ich uns sehr viel ausgetauscht darüber. Wobei ich muss sagen, ihr Libretto ist extrem gut recherchiert. Sie hat auch wirklich tatsächlich mit vielen Leuten Gespräche geführt vorher. Und wir haben dann einfach nur versucht, etwas zu finden, wo wir als weiße europäische Frauen damit umgehen können mit so einem Stoff. Und eine Lösung war, dass wir Schattenspiele gewählt haben, dass wir von Anfang an auch diese Welt der Fantasie mit einbezogen haben. Das war dann auch, finde ich, bei der Inszenierung selber sehr stimmungsvoll. Im Zentrum des von Sirene Operntheater beim Kammeropernfestival Verbesserung der Welt präsentierten Werks stehen die mit grausamen Kämpfen ausgetragenen Konflikte im Kongo. Der Abbau von Rohstoffen und die Gier nach großem Gewinn sind der Antrieb zu brutaler Gewalt. Weder auf die Menschen noch auf die Umwelt wird Rücksicht genommen. Eine Geschichte rund um ein Bauernpaar, dessen Kuh durch vergiftetes Wasser gestorben ist. Der Grund dafür ist die nahegelegene Mine, dessen Manager selbst erkrankt und dem seine eigene Frau mit allen Mitteln zu helfen versucht. Also ich finde die Geschichte eigentlich sehr schön, weil sie so eine Art Fabel ist und dadurch ein bisschen abseits von dieser Kongo-Thematik auch für andere Länder und andere Kulturkreise funktioniert. Und das finde ich das Spannende, weil sie einfach auch diese Botschaft am Ende transportiert. Da steckt einfach viel mehr drinnen als wirklich nur ein Tatsachenbericht. Die Botschaft lautet, wie schafft man es, sich gegen eine Macht aufzulehnen und für seine Rechte einzustehen? Trotz des ernsten Themas findet Julia Purginer in ihrer musikalischen Figurenzeichnung mit Humor und Überspitzung, wie sie es selbst beschreibt, zu einer eigenen Sprache. Schade, dass es noch keine Aufnahme dieser Kammeroper gibt.